Der Burst-Modus von der M4, wenn du richtig auf die Taste hämmerst von der Maus, ist schon flotter als die AKM im Auto. Erstmal direkt die Ruinen hier oben nehmen. Steiler? Ja. Das sind die Leute gesprungen. Hake. Oder? Ja, einer geht direkt hier runter. Aber der hinter mir hat schon den Rucksack offen. Die Kisten an, wir sehen da nicht erst. Flut drauf. Jo, ich gehe in den Innenhof. Also da, wo noch der Rest von dem Turm an der Mauer steht. Ja, ein Swat ist hier. Einer ist hinter mir, genau hinter mir. Scheiße. Zwei Squats. Alter, nee! Jetzt wäre ich fast auf den Turm gefallen. Okay, ich gehe direkt in den Innenhof. Nein, hier liegt keine Waffe! Ich wette, die haben eine. Jetzt will ich mit so viel Medi-Packs, Mann! Eine Shotgun. Und die beiden sind an dem Turm da vor mir. Wir kommen da in die Richtung direkt. Der hat irgendwas in der Hand, was für eine Waffe aussieht. Ja, hier sind einige runter, Achtung! Wir wuseln sie überall. Shit. Ich mag Shotguns nicht. Nein, ich habe nur eine Pistole. Da kommt, da ist er, da ist er hinter dir. Ohne Waffe. Wo? Komm, den holen wir. Ein Nackter. Wo ist er hin? Links. Links. Down. Wenn der nackt ist, hat er noch keine Kisten gesammelt, ne? Beschissener Start in das Game. Okay, da links, links, links. 195. Rent, hat eine Pistole. Hier ist noch einer. Nice. Der war nackt, der Pistolemensch lebt da noch. Nao, du hinkommst! Nice. Den ersten Schuss voll versemmelt und dann gut kassiert. Ich bin fast tot. Der hat noch drei Schuss gehabt. Ich glaube, das dürften aber ziemlich alle gewesen sein jetzt. Das waren jetzt drei. Hast du einen erwischt? Ich habe einen erwischt. Aber ich habe auch nur drei gesehen. Dann fehlt aber Nummer vier noch, oder? Die sind dumm. Ich habe nur drei gesehen beim Runde kommen. Wohl nicht schon, ja. Das geht. Ja, ganz schön Marsch für uns. Neunten ist Quick für Bandage, ne? Ja. Hast du zu welchen Energy Drink getrinkt? Ähm, ich glaube sogar ja. Ja, und ein Schmerzmittel. Was macht denn das Schmerzmittel? Auch nochmal die letzten Schmerzen nehmen. Also erst mit Verbände voll heilen, bis es nicht mehr geht. Und dann wird nur noch Energy und Schmerz mit. Aber hier sieht es nicht gut aus mit Loot. Oh, ne Uzi. Und ne Hose. Und ne M4. Nice. Hast du ne Waffe? Äh, Shotgun und ne Pistole. Nimm du die. Welche Uzi? Äh... Oh, Pistolsuppressor. Ähm... Da. Ja, bitte. Ja, die liegt da. Was hatte ich für ne Muni? Neun Millimeter. So, noch kein Rucksack. Ne halb zerschossene Weste. Das wird ein interessanter Marsch jetzt. Ähm, ich hab noch hier... Warte mal, ich hab hier ne erste Hilfe gekauft. Kommt ihr den mal noch rein. Okay. 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 So. Achso, Schmerzmittel noch. Energy und Schmerzmittel. Wow. Ich will direkt voll den Trip machen. Ich kipp mir den Penkel jetzt direkt in die Gasmaske. Ja, das. Ach, das. Die Scheune anpeilen da unten. Flugzeug. Ist direkt fast auf unsere Höhe. So hoch sie mir heben. Ich finde Pistolen mit Schalldämpfer sind einfach russchick aus. Überleg mal, der eine Typ, der hier ohne seinen Mate gesprungen ist. Ja? Der flameteinander garantiert. Warum bist du nicht mitgesprungen, du Panda? Ja. Da ist noch ne Hütte. Jetzt steht da ein Auto. Geh mal in die Hocke. Mach die Arme um die Knie. Und dann tritt ich dir ins Kreuz. Hä? Dann kannst du rollen. Also das ist echt für den Arsch da oben abzuspringen. Naja. Da sind auch welche abgesprungen. Drei Kills. Naja, gut. Da steht was, oder? Da steht was. Da steht was. Was zum Fahren. Das ist der Auto durch Deko. Ja. Weiß nicht. Ich check das Auto und den Tower und die Halle. Ja. Hast du einen Rucksack? Ja. Dann lass mich mal die Halle checken. Okay. Das Auto ist kaputt, glaub ich. Ah, sieht so aus. Ah, da ist die Zone. Oh, sehr gut. Das sollten wir bequem schaffen. Naja. Am Anfang kannst du fast 3-4 Minuten in der Zone bleiben. Und verlierst grad mal die Hälfte HP. Ja, aber wer möchte das? Ja. Hier war jemand schon drin. Ist gelootet. Dann ist die Halle auch gelootet. Ja, alles weg hier. Und da kommt direkt die fette Stadt da unten. Vielleicht ist hier noch ein Rucksack oder so, aber nein. Ja, lass nach Jasnaya Boliana. Wo gar geballert wird. Yay. Fuck, ist das hier steil. Ah, fuck. Autsch. Pisse. Du bist hier, wo die Felsen sind, einfach runtergesprungen. Ja. Und geslided. Danke für die Warnung. Ich bin total für so'n Zimmerkampf ausgerüstet. Shotgun, Uzi, Pistole. Nix, was irgendwie weiter als 20 Meter Schaden macht. Und wenn ihr das da unten killt mit SKL, killt mit SKL. Kann man gleich mit Kieselstein werfen. Dann gehen wir looten. Gefällt mir überhaupt nicht die Stadt. Vor allem links ist an dem Hochhaus schon die Tür offen. Die Rechte. Stimmt, ja. Dann hast rechts mal looten. Ja, super. Ich bin viel auf dem Rücken und aber nicht nachgeladen. Welches? Das Bombo-Blaue Haus hier rechts. Welches? Das ist schön für ein Häuserkampf. Also, ich bekomme die Aussage. auch bandagen hier liegt ein level 2 militärhelm ach schon nein ja jetzt eine armenbrust da hinter dir hinter dir müssen silencerfeldpistole haben? ne zweiten gefunden, sonst spielelang keinen einzigen suppressor aber ich habe noch nie mit einer pistole gespielt mein erster kill war mit einer pistole direkt im ersten match wow da gehts ab machete shotgun eine ballistische maske es sieht so honeyball aus das geballer klang als kämen die in unsere richtung ne das haus kenne ich schon ach scheiße ich bin zuerst ausgerannt ich semmel das geballer war in der stadt hier liegt noch eine m16 wo? hier drin hast du money übergelassen? ja ja ich kann hier toppen ok so 60 schuss oder so wenn du übrig hast ähm was hast du da rein? ja liegt hier in der ecke mhm wo in der ecke? da wenn du hier rauskommst wo du gerade rein bist auf meine seite bei dem container da ja hab's hab's dankeschön firma dankt ich bin so groß zu halten ich hab ein medkit wenn du brauchst ach ich hab noch ein das sind 45% du bist ja schon 75% das hier nur ein stockwerk? ne dachbrunnen hätte man sich auch sparen können hey ein sprunggeschäft wenn du nicht muss rufe 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 Vielen Dank. Noch ein Pistol-Suppressor, what the fuck? Nee, Bratpfanne, jetzt gewinnen wir. Eine Bratpfanne, jetzt gewinnen wir. Ich habe noch einen Rotpunkt über. Ja, gerne. Du warst natürlich überlegt. Ja. Warum passt da nichts drauf? Auf was? Achso. Im 16 A4, ich habe schon alles drauf. Ja. Eine ballistische Maske, pass auf. Rote Zone. Die Maske kann ich dir leider nicht mitbringen. Komm an dein Haus. Oh. Nicht erschrecken. Ich lege das Teil ja alles dahin. Ähm, Rotpunkt. Vorgriff brauche ich nicht. Das ist ja nicht. Okay. Das sieht schon ziemlich porno aus mit dem BH, dieser Maske und der Gasmaske. Ich bin dein Vater. Hier, Heilung. Oh! 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 Oh, mein Sound geht drauf! Hä? Was war das? Hä? Jetzt gerade reingespitzt. Oh! Oh! Ich spitze genau noch Flammenteile, aber. Ähm. Wir müssen nach dem Süden. da ist komplett offenes feld jetzt hier aus der stadt raus nach süden da bin ich schon zweimal verdeckt hier ist offen oh gott es wird hässlich da raus das wird so hässlich immer schön die heuballen nehmen aber nicht die gleichen gleich ich guck nur nach hinten guck du nach vorne ich sehe vorne nichts vor uns müsste irgendwo ein hügel kommen oder links rucksack das war es war noch eine ballistische maske und schwarze hosen also die aus der stadt dürften gleich alle irgendwo sein nach dem hügel habe ich gemeint um hin und dem hügel sind die häuser wo bestimmt schon welche rumtanzen werden jetzt haben wir es aber harsch aufgeschafft so schauen wir mal jetzt liegen sie hinter dem hügel mit maschinengewehr so kommen dass von hinten jemand kommt klar die Tür hier ist zu hier ist ungelootet sieht zumindest so aus ja was besser flasheide oder kompensator für das assault rifle ich habe keine ahnung ich liebe mich da gar nicht aus schon wieder eine ballistische maske was ist denn los hier hier ist noch eine 2er polizei weiß der herrscht eine nope eine und die ist zerwächst ja hier oben wir müssen direkt weiter in den süden wir sind dann komplett an der grenze ja wir müssen weiter steffen eine minute nur noch und das ist ein langer langer weg neben uns wird immer noch voll geballert mhm südosten das ist zu lang wir müssen komplett durchrennen redbull redflügel ich habe eins ja ich habe eins 15 sekunden bis die zone sich bewegt da steht ein cheap wenn man ein cheap nehmen da vorne wir haben bestimmt erschossen ja lasst den cheap holen aber nicht auf dem feld weg land können da ist ja überhaupt keine deckung hier da an dem baum und dann beten da kommt ein flugzeug die pallern da eben noch da drüben ja ich sehe auch wo geblutet wird echt? ja spritzt doch wie wild da laufen sie siehst du das auf dem feld zwischen den zwei bäumen hinter dem roten strauch nee da unten steht ein buggy jens und da fährt ein fahrzeug ja ich lauf gerade auf dem cheap zu und gekillt die zone kommt steppe die zone kommt aber kill's jens die zone kill's bist du schon hinter der zone hast du das auto? ja da ist einer im buggy wo im buggy? wo im buggy? da sind zwei im buggy ach wir müssen raus hier komm raus hier bist du denn? hier ich weiß wo ne kraten gelände wird ich hab nur aufgehört weil ich nachladen muss ja mach doch noch kaum schaden die sind auch hier lang gefahren oder? ja wir fahren Richtung der great ok die ist gerade am runde kommen weg dem südwesten ach dich ruhe machen wir Ballots da stopp 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 aah ich steh mitten im schussbild ja jetzt nicht mehr alles gut selbst noch ich muss mich verbinden ich hab noch 10 prozent oder so das musst du dir nachher im video angucken der take down brutal da wird bestimmt noch mal einer sein glaubst du da war alleine weiß nicht medkit 8 fach scope 4 fach scope nice und ein suppressor für das sword rifle ich decke mal um uns rum hier hat nämlich noch mal was geballert hast du hier nur platz alles mitzubringen? ne ok der hat doch ne sks zu seinem 8 fach scope der hat doch ne sks zu seinem 8 fach scope oh nice ah der hat keine muni für mich das ist bestimmt der kollege von dem wo wir den einzelnen erwischt haben dort steht ein neuer jean aah schüsse schüsse ach du scheiße ey wo? in dem haus erster stock aus dem fenster raus bist weg aus dem schuss aus dem schuss aus dem schuss ja bleib liegen dann kann er dich nicht beschießen ok ich muss mir kurz ein ding reinhauen alles mögliche ja scheiße die zone kommt schon wieder echt jetzt? ja aber wir sind drin wir sind gut überall geballert das ist ein scheiß leben ich weiß noch nie woher das kommt irgendwo hinter mir ja also der jeep der unten steht gehört dem typ der mich beschossen hat in welchem haus war der? links oder rechts? rechts oben da wo die tür vom balkon offen ist ok der hat ziemlich beschissen geschossen fuck die zone oh god ich muss rennen komm hierher du darfst raus man ach du scheiße jetzt muss ich an dem haus vorbei weck mich mal irgendwie ja nach möglichkeit der typ muss auch raus darauf spekulier ich der ist mich hier nützt da ist schon ich bin down 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 hilfe hilfe bin down und er auch 10 Sekunden später AAAAAAAH ich muss nachladen die fahren weg oh ich bin out of ammo ja hold the mind stuff alter ich hab die sks mit 8fach wobei die zone ist fast zu klein jetzt schon holy fuck du musst ziemlich weit laufen 1,20 hast du Zeit oben steht doch unser jeep AAAAAAAH 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 ich hätte ihn schneller gehabt wenn ich nicht den blöden Burst drin gehabt hätte du musst laufen du musst laufen nein ich wohne mit dem jeep okay boah mich hat's voll verjagt als der schuss eingeschlagen ist AAAAAAAH noch mal aus dem süden und von rechts verbinde dich und gesniped wo kam das her keine ahnung aber es war servit weg ich war tot bevor ich den schuss gehört hab ja ich ich hab's gesehen krass sechs kills ich hab null alter ich bring dir kein glück hat den Sniper gerade böse weggewixt ja wenn er liegt und ich genau ins Gesicht gucke mit dem ARCOG was willst du machen ich hab nur deinen Sidesap nach rechts mit deinem BAM